Ja, huhu, hier wieder beim Quali und der Chaos-Truppe, wieder damit dabei der Lestak-Dark und der Grazard und der Willandash und, last but not least, Terra May. Wir sind in einer komischen Hölleninstanz, der zweiten Instanz von Ägypten. Und hier war ich definitiv noch nicht mit Eukalypter drin, weil hier ist sein Wissen und es ist noch nicht geklemmt. So, und wir haben beschlossen, dass der Grazard jetzt tankt, weil Lestak wohl nicht die Abrohr halten kann, Oh, irgendwas hab ich falsch gemacht. Nein, du bist der Tank, der hat alles richtig gemacht. Was ist los? Ich mag fallen. Ihr werdet es nicht. Ich hab irgendwie nicht die richtige Waffe drin. Moment. Nein, Grazard, du tankst mit Faustwaffen, zack. Ah. Das ist der Fehler. Das sieht doch besser aus. Ja, alles klar. Ja, wir wollen ja alles machen, ne? Ich bin getrennt von euch, Belagerte. Auf einer Fallenadvasion sehe ich sie auf die Mauern von Sheol marschieren. Ach, der Deal, netter. So, hier muss man zu den Türmen hin, ne? Mhm. Okay. Und bis wir Sprinten reinnehmen. Losern, losern, losern. Die Ausweichrolle könnt ihr auch immer noch machen. Die Ausweichrolle könnt ihr auch immer noch machen. Hochheilen. Wo ist der Tankhands wieder hin? Wolltest du Terrorized Tank sagen? Ja. Ja. Das kommt auch noch irgendwann und das kommt. Aha. Ja, okay. Also, tanken kann ich, wenn ich die Ausrüstung habe. Das ist nicht das Thema. Ich hab schon öfters getankt in Instanzen. Leute, ihr habt das gerade live im Fernsehen, oder? Gerns? Gerns? Ja. Was soll ich denn machen? YouTube ist doch das Fernsehen von heute. Ja, da bist du dran. So, ich mach mal kurz die Typen rein. Ja, wer ich denn könnte. Dahinter war noch ein bisschen, ne? Ja, ich glaub hier ist irgendwo. Ja. Gut. Und schon mal, Tinta. Auf einer fallen Invasion sehe ich sie auf die Mauern von Sheol marschieren. Dann müssen wir auf die andere Seite jetzt, ne? Ja, die Treppe hoch. Wir müssen aber jetzt hier schräg die Treppe hoch, genau. Ich denk dran, ihr könnt auch alle paar Sekunden so'n, äh, Ausweichschritt, Ausweichrolle machen. Seien Sie gewarnt. Meine Angreifer würden das für eine gnällige Volk anrufen. Uh, Zeug. Ich. Jesus hat hier was zu tun. Wissen. Ah, kurzer Reload. Okay. Ja, warte. Das ist der einzige Weg zu dem Plateau. Ich kann auch mal was machen. Ah. Alle ready? Ja. Ja. So, jetzt. Ich will auch von dir weglaufen. Ich will auch von dir weglaufen. Ich will nicht erwehren. Ich zünde. Ja. Ja. Aber, ich krieg trotzdem eins mit der Peitsche. Und hier vorne kommen schon die nächsten. Ja. 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 dass ich mich jetzt… Kannst du im blauen lilan nicht unterscheiden? Nein, ich habe dem blauen gedacht, aber nicht Kurs 9. Ich dachte, die wären hier schon Kurs 10. Nein. blood plastic. Die sind dann indeed. So, jetzt hoffen wir mal alle, dass sie价, kein Bug wieder auftritt. Rezard hängt dem Isaac in Pompon. Rezard, ich wusste gar nicht, dass du solche Crawlien tritt production. Hättest du mal erwähnt? Ich hab vorhin schon abgedeutet, wie ich Tera am häufigsten seh. War hier nicht auch noch irgendwo ein Wissen oder sowas? Doch, da hinten. War noch so gesehen. Dann mal los, Grizzard. Schnapp sie dir! Schnapp sie dir alle! Pokémon! Grizzard ist eigentlich auch ein netter Hund für den Namen. Ein netter Name für den Hund. Fuuuck! Ja, Grizzard! Ja gut, Grizzard! Ja, fein! Oh, macht die Menschen, Grizzard? Oh, ja. Wer will das Stückchen? Ja, der Grizzard! Ohne Gewalt würden ihre Metallwege verstopfen. Nein. Oh, sogar toll markiert. Sehr schön. Alle fertig, ja? Wenn der Drache an das Templer-Symbol hält, ist noch zu bezweifeln, aber... Kann man hier eigentlich eine Ritualz-Salte runter machen? Ich versuch das jetzt mal. Zwei, eins, Risiko! Und? Ah, geht nicht, schade. Ich hab's gemacht. Du hast's gemacht? Natürlich. Hubert! Ich bin maßhaft mit dem App diaper, in die Welt. Also war ich die deraide auch nicht nachdenken. ist haltbackgroundhart lächst! Ich bin taug bahseden ihr euch einen Willen Jadi im Felix aqui. Juuäng! Jetzt rum. Bis zum Tod! Und... Dass du dich jetzt aufgereizt. Daun, der zweite... Noch ein Gin! Da ist noch ein Gin! Macht den Gin hin! Geht den Tieren ab! Hinter uns? Äh, hinter dir? What? Oi! What? What? Da macht der Winkel ein bisschen Aubergerade, was ist da los? Ja! Da ist er hin! Ah, hin ist er! Puh! Das war ja schon äh, etwas herausfordernd gerade, ne? Könnte daran liegen, dass wir den ersten zuerst platt gemacht haben. Normalerweise ist der erste doch in seiner komischen Bubble, dann legt man den anderen und dann kommt er wieder, oder nicht? Er wollte dir ja gerade machen, wo ihm gefallen ist. Ah. Deswegen meine ich, gehe ich davon aus, dass der ein bisschen, äh, akko war. Bisschen sauer. Bisschen sauer. Weiß da nie was hier habt? So, hier kommen jetzt die ganzen Mobs, ne? Jo. Sonst wollt ihr auch immer meinen Hammer sehen. Äh, ja, 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 Mob. Das war nicht ihr Kampf. Aber die Geografie hat sich gegen sie verschworen und sie zwischen Hammer und Amboss erstellt. Halten Sie diese Stellung... Sid, er redet auch von Hammer. ...und nicht die Hydraulik des Tors. Jeder mag den Hammer. Ja, ja, ja. Aus dem Weg. So, ich leg dir hier sogar eine Heilungsding hin. Nein, sie gehen auf mich! Ja, du hast das Heilungsding hingelegt. Das mal jetzt auch wieder. Ich mag das Heilungsding. Ist das schön gelb? Und Honig? Ach so, die Pum-Pum. Okay. Sie kommen, äh... Terra, beschützt mich wieder im Körper! Äh, nee. Boah! Voll gemein. So ist's zu uns. Also zu dir. Nein, dir, ja. Denkst du, warum ich immer die, die, ähm... ...die Siegel Sadismus sammle? Doch. Weil die nicht wegkommen. Nein, jetzt kann ich sie bestellen. Ich komm direkt vom nächsten Schirm. Komm direkt vom nächsten Schirm. Ich hab den Film irgendwie mal vorgemacht. Forrest Gump. Ja. Auch wenn ich ihn nie verstanden habe. Aber ich hab ihn ja auch letztendlich mal mit zwölf gesehen. Okay. Ach, jetzt. Jetzt kommt die. Und... Sonder. Komm zurück. Jetzt. Tof. Nett. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Ja, ich weiß, wir brauchen etwas zu lange. Wir müssen uns verbessern. Ich geh besser. Dann sag mal der Succubus nicht hinterher. So, jetzt kommt, äh, dir wechseln. Jetzt musst du Lestrack tanken, ne? Ja. Zur Strafe. Ich hab auch geträumt. Ich finde, es ist eigentlich gar nicht so wild hier. Ey, du, du tankst auch gerne. Mach ich nie. Wenn ich die Ausrüstung hätte, würde ich es auch machen. Kein Problem. Muss eigentlich immer nur hin und her laufen. Aber gut. Gut. Der Grizzard macht das schon. Zwo, eins. Risiko. Da, Queen Duck. Das war einfach sehr komische Kram da weg. Jetzt musst du auch gleich der zweite kommen. Ja, der zweite kommt. Der erste ist schon down. Ah, der dritte ist auch dabei. Es kommt beide. Ah, der dritte ist auch dabei. Ah, der dritte ist auch dabei. Ah, der dritte ist auch dabei. Ah, der dritte. So, der erste geht sich hin. Wo steht ihr? Steht da. Klappen zu euch. Läuft, läuft. Achtung, da war Suppe, Willermilch, Suppe Krote Suppe Zweiter ist down Sehr schön Ich erinnere mich noch daran, als wir für eine Instanz zwei bis drei Folgen gebraucht haben Ja, das Da waren aber auch alle Charaktere nicht so Stark Man muss aber sagen, die erste Ja, aber ich muss sagen, die erste Instanz war noch die wirklich spaßigste von allen Kommen Sie schnell zu mir nach oben Ne, Willermilch, das war noch Zeit, ne? Ja Da wurde eine Erinnerung über Okay, was war jetzt der Fuzzi Ich denke, dann hast du es mit dem Haus Ja Aber bevor wir zu dem Fuzzi gehen, möchte ich gerne auch nochmal mein Deck ändern Was ist denn? Das ist Terror's gutes Recht Willst du die Ads am Arsch haben, oder? Oh, haben wir schon Ja Ja, also Oh, genau in Terror's Zentrum Ja, super Mein Zentrum? Also du warst genau in der Mitte Ah Das war aber nicht mein Zentrum Ah, da bin ich mir nicht so sicher Warte, ich bin noch nicht fertig Ich muss hier nur rausgehen Grezzard, jetzt warte mal Oh, braver Grezzard, kriegst wieder ein Lecker Mach so weiter oder stimmt vor? Ich sehe es schon kommen Ah, ne, er will ja was, was ich habe Okay Ich habe einen Kondensator, den er ganz gerne hätte, ne? Okay Angst vor Lassrak Ja Aber eigentlich habe ich mehr Angst vor Willandash Wieso? Er ist immer so ruhig Ah Und wenn er dann mal was kommentiert, dann sind das so gruselige Sätze Wenn man alles will, dann ist sicher irgendwas dabei, was droppt, was man haben will Oh Oh Danke Entschuldige ich mir aber was, ne? Ach, das hat keiner was mitbekommen Ich habe leider auch eine Aufnahme, laufend, echt gehabt So, jetzt bleiben bitte alle hier so auf Tank, äh, genau Weil die von hinten kommen und von vorne kommen die ich auch Hier raus zum Glitzen Ich denke, Terrors rücken Also normal ist das cool, wenn so alle Kannst du mich eigentlich auch markieren? Richtig, warte Sondern nur Feinde Warte Es geht nur auf Feinde Es geht nur auf Feinde, oder wenn du im PvP bist, dann kann er das auch Also Wirklich ist halt in einer geschlossenen Gruppe, dann muss ich nicht so weit nach hinten latschen, wenn Ads kommen Warum muss ich das eigentlich immer markieren? Nur weil ich das einzige Geld habe gekauft habe? Oh, ich gebe doch dafür keine Sachen, nur gar kein Geld aus Nur Geld Ich glaube 10.000 Packs oder so kostet die Siehste, das gebe ich doch nicht aus So viel habe ich gar nicht So viel habe ich gar nicht So viel habe ich gar nicht Weil die spawnen ja im Zentrum von Terror Ja, nee, ist klar Anima Teil 2, ich sag's dir In Deckung, der Sturm desintegriert sich sonst Schützen Sie sich Wo wollen wir eigentlich hin? Irgendwie steht, glaube ich, diesmal auf der falschen Seite Ups Mein Fehler Oh, ich glaube, brauchst du da Bringt mir den mit dem Weißkopf Was? Wollt ihr? Nee Ja, doof was, ne? Geht näher zu mir Das Fleischschwepper-Riesen ist einfach Ich gebe dir, der Mann, ein kurzes und brutales Leben Ich glaube, der hat Heilung nicht für den Töten Ja Oh, raus da Wenn wir erneut aufeinandertreffen, Affe Das war's Wenn wir erneut aufeinandertreffen, Affe Wird seine Stadt im Staub liegen Videosequenz Ich hätte auf eine diplomatischere Lösung gehofft als Märtyrer tun Aber ich vergebe Ihnen Aggression ist alles, was der Mann Die Dämonen kennen Sie sind verlassene Kinder Wilde Kinder Die bösartig sind, weil sie wollen, was sie nicht haben können Sie sehen ihre Welt durch die Risse Sie werden beschworen und benutzt Von Gossenmagien, Amateuren, die nichts wissen von diesen eisernen Küsten Sie sehen also Entgegen der populären Literatur Hat die Menschheit die Dämonen verdorben Ironie so bitter wie Maschinenöl Es ist meine Lebensaufgabe, diese Geräte zu errichten Ich war unermüdlich Es gibt keine Tage, keine Nächte, keinen Lauf der Jahreszeiten hier Die Zeit selbst verwelkte und starb Ich und jene Mit dem Mut an meine Ideale zu glauben Haben Äonen an dem Wiederaufbau gearbeitet Diese Stadt Sie ist mein Denkmal Das Signal unserer Zeit Und in ihrem hellen Licht soll kein Dämon sich betrachten und Mangel leiden Sie verstehen Dass diese Rebellion all das bedroht Ich zeigte ihnen Dass wir das Paradies bauen können Doch sie wollen nur die Erde Ich sage nun Adieu Ja, ja, der Wicker So, so Wissen einsammeln Ich glaube, er muss mal geheilt werden Wer muss geheilt werden? Wicker Boah, vielleicht So, was kriegt man denn hier? Einbruchteil Alles nicht so das Wahre Ja Mit dieser tollen Folge aus der zweiten Hölle Entlassen wir euch in den Tag Oder in die Nacht Je nachdem man das guckt Danke fürs zu gucken Bis zum nächsten Mal Mit dem Will and Dash Mit dem Grizard Und mit dem Und dem Koali Und last but not least Der Der Und mit dem Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017